so freunde wieder mal ich heute ist freitag freitag der 26 nicht oktober sondern 26 april 2024 also bin wieder zu hause angekommen zu hause bin überdarm also mein platz da super und jetzt bin ich gerade dabei zusammen zu da muss man da zum schnee geben natürlich in der zwischenzeit wahnsinn ich glaube 20 cm 15 20 cm macht nichts super der boden hat es total gebraucht weil es sehr ausgetrocknet war super hat gepasst und wie heißt es so schön der brüll macht was er will das war immer so und ja eigentlich heißt es ja dass wir jetzt schon 55 grad haben sollten laut den jahr millionen klima nacht lassen wir das thema weil wir wissen ja jeder selber für sich was dort für ein schwindel unterwegs ist und heute wie gesagt vielleicht ist euch schon aufgefallen weil es wird immer mehr über den medien und so immer mehr jetzt diese sogenannten himmelsphänomene diese streifen und so da umsicht mir jetzt zum beispiel wieder sein flugzeug das ist eindeitig also aus meiner dingsbums heraus viele kondensstreifen und keine chemtrails und es wird jetzt immer mehr gezeigt wisst ihr wie es so ist und wie es so ist also einmal mit ohne und einmal mit ja das werdet ihr jetzt immer mehr leben in größeren abständen warum 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 ich will eigentlich das jetzt nicht unbedingt so eingehen aber ich werde jetzt demnächst wieder ein video machen zusammenfassend in bezug auf diese geschichten und jetzt da schaut mal mein stirn ist in der zwischenzeit fest waren super narzissen sind abgeblüht die werden heute was schneien da werden nachher die stahner von dem film mit trottwischen und so noch befreit dass die stahner schon herauskommen dann werden sie eingelassen und ja und da unten siehst du so wie alle schon super platz da jetzt fertig da gibt es noch mal so einen kleinen kleinen sitzplatz daran auch wenn du noch kommst weißt wenn du noch kommst dann können wir da sitzen so scherz ja na scherz nicht also jederzeit herzlichst willkommen ja ich werde heuer wirklich so am juni juli ich denke mal da seht ihr da hat es den schnee hat so den ganzen baum da einer drückt da gerissen da hinten war richtiger potziger schnee und da bei mir dankeschön räumchen hat es gut gemacht hat sich nichts getan gut in diesem sinne gehe heute wahrscheinlich nach kölflach habe ich noch in die thürme und in die saura